Bhagavad Gita, Vers 3.6 Wer seine Sinne und seine handelnden Organe zurückhält, doch in Gedanken immer noch bei den Sinnesobjekten weilt, betrügt sich selbst und ist ein Heuchler. Erklärung Es gibt viele Heuchler, die es ablehnen, im Krishna-Bewusstsein zu arbeiten, jedoch vorgeben zu meditieren, während sie in Wirklichkeit in Gedanken, in Sinnen, Genüssen schwelgen. Solche Heuchler sprechen zuweilen auch über trockene Philosophie, um ihre blasierten Anhänger zu bluffen, doch nach der Aussage dieses Verses sind sie die größten Betrüger. Wenn man nur seine Sinne befriedigen will, kann man dies auf jeder Stufe der sozialen Ordnung tun, doch wenn man die Regeln und Regulierungen seines bestimmten Standes folgt, kann man seine Existenz allmählich reinigen. Wer jedoch vorgibt, ein Yogi zu sein, während er in Wirklichkeit nach Objekten der Sinnenbefriedigung ausschau hält, muss der größte Betrüger genannt werden, auch wenn er manchmal über Philosophie spricht. Das Wissen solch eines sündigen Menschen ist völlig wertlos, weil diesem Wissen von der illusionierenden Energie des Herrn die Wirkung genommen wird. Die Gedanken eines solchen Heuchlers sind immer unrein und daher hat seine Yogi-Meditationsshow keinen Wert.